Moin YouTube, ich hab nicht so viel Zeit. Wir sind gerade auf der Flucht hier vor ein paar Ehren in Outlast. Und da sind sie auch schon wieder. Sie wollen jetzt diesen Typen hier zerfleischen, der auf dem Schuh gekettet ist. Oh Gott, da sind sie. Oh mein Gott. Sie wollen Fleisch, sie wollen Fleisch. Oh verdammte Scheiße. Komm, wir müssen das Ding bisschen schnell bewegen hier. Okay, let's go. Okay, wir müssen hier einen Ausweg finden. Hier sind so viele Türen. Oh fuck, hier ist verschlossen. Okay, da ist eine offene Tür, da müssen wir rein. Da müssen wir jetzt rein. Okay, hier ist wieder die Tür versperrt. Ah, guck mal da, da können wir die Tür versperren, alles klar. Sehr gut, okay. Jetzt werden sie wahrscheinlich den Typen gerade verprügeln und zerfleischen. Oh fuck, ein bisschen schneller bitte, ein bisschen schneller. Wir haben nicht so viel Zeit. Okay, sie sagen gerade, das ist ein anderer Weg. Also wollen sie immer noch zu mir. Komm, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, weil sonst sind wir hier gefangen. Das wäre nämlich nicht so gut, ey. Und wer es nicht weiß, in der Autos hat man keine Waffe. Man muss sich verstecken, man muss davonlaufen. Oh fuck, da sind sie auch schon. Schnell, schnell, schnell über das Bett hier springen. Fuck, folgen wir mal von der Blutspur hier. Oh fuck, da ist auch eine Leiche, oh mein Gott. Dann werden wir mal kurz wieder die Tür hier versperren. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, da oben, da ist ein Lüftungsschacht. Fuck, Alter, da wurde der verstückelt hier von einem komischen Professor mal wieder oder so. Oh fuck, ey, weil die Typen sind hier in der Ehrenanstalt. Und die sind alle so komplett wahnsinnig geworden und zerfleischen Leute. Okay, fuck, da müssen wir längs, da müssen wir längs, okay, hier rechts rein. Oh, dann hier über den Tisch springen, komm schon, okay. Fuck, 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 schnell, 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 schnell. Okay, hier noch rüber und da vorne ist auch eine Schlucht. Das ist unsere, das ist unsere Rettung, können sie hier nicht hin? Nein, du verdammt. Okay, da sind sie. Ich glaube, wir haben es geschafft. Man hat auch einen Campcorder. Wenn es dunkel ist, kann man hier den Nachtmodus anmachen. Oh fuck. Sie sind immer noch hinter mir hier irgendwo. Oh, da die Tür. Eben wollen sie da. Oh mein Gott, da sind sie auch schon, komm schon, komm schon. Oh nein, die ist Tür verschlossen. What the fuck? Ah, da oben können wir durch, da oben können wir durch. Schnell, komm schon, komm schon. Okay. Nice, jetzt müssen wir die Leute die Tür aufbrechen. Wir müssen uns ein bisschen meilen hier, Leute. Oh fuck. Komm schon. Komm schon, spring über den scheiß Tisch bitte. Die Tür ist bestimmt... Okay, hier rein. Okay, nice. Nice, nice, nice. Oh, was ist das? Ein Fahrstuhl für Essen oder was? Komm schon, komm schon. Oh mein Gott, sie ist nicht drin. Oh mein Gott, wir sind in Sicherheit, Leute. Wir haben es geschafft, ey. Oh fuck, was ist das für ein Psycho? Oh mein Gott. Oh scheiße, haben sie uns doch erwischt. Oh fuck. Und ich würde mal sagen, es wäre Zeit, mal bisschen selber auszuteilen in Battlefield 1 hier. Okay. Oh, unser Teamkollege ist hier ziemlich weit weg geflogen, ey. Scheiße. Wir werden versuchen mal auf der Bombe A bei Apples die Bombe zu platzieren hier in Battlefield 1. In der Beta noch. Wir sind der Medic. In der Einzelschusswaffe hier. Jetzt versuchen wir mal die hier zu verteidigen. Jetzt leihen wir uns ja ein bisschen da. Oh, der ist ja auch schon der Erste. Fuck, wir können uns grad nicht erreichen. Okay, der ist einfach vollkommen ignoriert. Sehr nice. Okay, da war noch einer. Oh fuck, 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 komm schon, komm schon aus der Hüfte, Alter. Oh, der hat nämlich hierhin zuscht. Komm, bist du? Jawoll. Okay, haben wir die Bombe A erfolgreich verteilt, denke ich mal, für das Erste. Oh, da ist ein Pferd rechts, da ist ein Pferd. Komm schon aus. Das dauert so ewig hier nachzuladen, aber natürlich ist er auf der Erste Welt weg. Komm schon, komm schon, komm schon. What? Wie viel Kugeln hält der aus, Alter? Fuck, Alter. Oh, es ist gar nicht so einfach hier in Battlefield 1 zu treffen. Weil die Kugel halt nicht genau an dem Punkt landen, wo man auch hin zielt. Okay, da kommt das Pferd. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, den haben wir auch schön ausgeschaltet. Sehr nice. Okay, gut. Dann werden wir versuchen zu Bombe B gleich zu kommen, wenn da alles frei ist. Da hat jemand Giftgas geworfen. Alter, ey, die ganzen Explosionen und so. Shit, ey. Können wir den... Ich glaube, den kriegen wir nicht so richtig. Okay, wir haben einen Assist bekommen, alles klar. Und ich möchte schon mal ein großes Dankeschön an dich aussprechen. Da, Niko! Dass du uns die Möglichkeit hier gegeben hast. Gebt euch die Chance einzureichen. Und versuchen wir mal direkt zu Bombe B zu laufen. Das Gas ist jetzt auch verflogen. Und ich glaube, der Panzer gibt uns eine schöne Richtung. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Gegner. Okay, Bombe B platziert. Sehr nice. Wir sind eine Mannarmee hier. So, versuchen wir mal hier wieder rüber zu A zu gehen. Und die ganzen Gegner zu flankieren von der Seite. Weil sie werden bestimmt jetzt zu Bombe B rennen. Für die Blinden... Oh, da ist schon einer. Und da oben ist noch ein Sniper. Aber ich glaube, das ist unser. Komm schon, komm schon. Jawoll! Den haben wir auch schön weggeholt, ey. So muss es laufen. Hier wieder zwei Stunden das Gewehr nachladen. Okay, ich glaube... Ich glaube, die Bombe ist unser. Komm schon, komm schon. Sie wird gleich explodieren. Sie wird gleich explodieren! Ja, cool. Objective be destroyed. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Das ist jetzt meine Einsendung. Und dann sage ich mal, Peace out, Leute! Und passt auf euch auf! Nachbarn! Heute frei war nichts, aber nichts ejercicht. who Это ist gut. Ich bin weltweit. Ich bin, bis 어떡 mich hier zuher vermindern. Es wäre einfach nicht korrezt.